so sehe ich das auch so freunde und dann geht es auch geradeaus los wir lassen uns nichts gefallen wir sind am start wir sind am start wir sind am start und wegen gas punkt so sieht das aus so mögen wir das so gefällt uns das so bleibt das richtig oder richtig richtig so alex wie sieht es aus bist du bereit wo gehen wir hin aufs dach gehen wir warum gehen wir dahin weil wir keine lappen sind so sieht so hier sind alle bereit so du bist tot egal zu mir zwar leid tut es mir nicht ja genaudinger genau 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 ich bin da ich bin da ich bin da ja auch digger junge alter wie perfekt das war gerade ja ja ich komm habe ihn habe ihn habe ihn gefinisht warte kurz gehen wir zwei sekunden ich höre noch ein der jörgUC ruhe konzentriert sich blä ja wer hat dann ausgehende blä ich bin der so ruhe ja was los habe ich angst ich habe keine angst ich bin der beste was geht jetzt ja alex bitte überlebt 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 oder bist du schade ok ok ganz ruhig ganz ruhig freunde ganz ruhig dabei brav dinas brattuch aus berlin vom dach digger geholt was war das denn digger ja aber ich habe irgendwo hingeschossen habe ich nicht mal gesehen digger die grau ist da die grau ist da mother fuckers tot alex kommt sofort zu mir alexis du da bleib alex hast du hast nun ich habe keine munition digger 35 bits baller jung aus der ist nicht normal mann der hat doch hat geraucht das ist unglaublich der junge danke dir mein lieber vielen vielen lieben dank mein lieber ne wir sind perfekt digger ja man wir sind perfekt egal pass auf wir haben jetzt kein komm mal her alex zu mir kommen her hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir kann ich nicht helfen alex sonst muss ich in die mitte rennen ich versuche hier anzuladen da sind noch zwei teams ne also ich hab auch fünf gegner noch na schaffe ich vier gegner noch drei gegner noch er wird von allen angeschossen und trotzdem nimmt er mich ja da ist er noch der mann was ist denn los kackt ihr la bratina's brattuchas so wird das gemacht brattuchkis dritter win today und du hast mich in meiner app phase hat eben gerade viermal angerufen noch fragen als pass hör auf zu lügen ich weiß jetzt wird es peinlich jetzt wird es peinlich jetzt ist jetzt ist peinlich es tut mir leid sorry ich liebe dich so mr lee und papa wir hören uns war ein geiler abend wirklich geiler abend wiederholen wir auf jeden fall mega props gehen auf jeden fall auf danke für die follows bis zum nächsten mal meine hasen so meine freunde das war ein entspannter abend mit wenn weiter und alex wir sind auf jeden fall mittwoch wieder da oder vielleicht auch morgen je nachdem gucken wir nach der laune und wir dürfen uns auf jeden fall ganz lieb bei den ganzen followern bedanken bei den follows also für die follows und auf jeden fall für die donations für die die bild die gespendet worden sind für die subs und abos also vielen oder beziehungsweise für die abos vielen vielen lieben dank in diesem sinne wir hören uns ich hoffe euch hat der stream gefallen lasst gerne ein herz da und wie gesagt ich bin auf youtube vertreten könnt ihr auch mal reinschneiden wenn euch die videos gefallen lasst mal gerne einen daumen da ich würde auf jeden fall mich freuen wenn ihr auch ein feedback da lasst damit ich weiß was sich verändern soll ich würde jetzt sagen das war es erstmal von mir in diesem sinne seid kein dummi und nehmt ein Gummi mit